Hartwald TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Ich lese gerne. Was mache ich gerne außer Fußball? Ich treffe mich gerne mit Freunden, unternehme was. Hier habe ich schon die Jungs gut kennengelernt, mit denen sind wir auch schon essen gewesen, haben das ein oder andere auch schon unternommen und auf jeden Fall die Stadt hier erkundigen. Das wird mein nächstes Ziel sein. Also da hatte ich was, meinen Führerschein, aber den habe ich jetzt vor einem Monat bekommen, also bestanden, aber das hat sich so ungefähr drei Jahre hin und her geschoben, da war ich nicht so wirklich motiviert für, aber jetzt in der neuen Stadt war das auf jeden Fall wichtig und das war ein Muss auf jeden Fall. Das war halt so ein Ding, was ein bisschen länger gedauert hat. Auf jeden Fall erstmal natürlich Autofahren, das ist so eine Geschichte. Ansonsten auf dem Trainingsplatz, da gibt es halt noch einiges, was ich an mir besser machen kann oder also wo ich mich auf jeden Fall verbessern kann. Zum Beispiel, ja, vielleicht meinen linken Fuß noch besser, irgendwie die Technik trainieren, am Kopfballpendel, ja, aber ich versuche auch meine Stärken weiter zu stärken. Ziele, auf jeden Fall will ich was erreichen in Sandhausen, was bisher nicht geschah. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre auf jeden Fall super. Für mich persönlich, dass ich viele Spiele absolviere, dass ich natürlich Scorer-Punkte sammle, die Mannschaft weiter nach vorne bringe und ja, mit den Jungs eine schöne Zeit habe. Hartwald TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.